Für Martin Keimer sind die 118. US Open of Long Island so gut wie beendet. Nach dem Desaster am ersten Tag des Major-Turniers mit einer schwachen 83er-Runde ließ der der 33-Jährige auf dem schweren Paar-70-Kurs im Chinecoc Hills Golf Club eine 75er-Runde folgen. Mit einem Gesamtergebnis von 158 Schlägen wird der US Open-Sieger von 2014 aber den Cut und damit die Qualifikation für die beiden Runden am Wochenende verpassen. Von den 156 Spielern waren zu dem Zeitpunkt noch die Hälfte auf dem Platz unterwegs. Um den Cut-Bank derweil Superstar Tiger Woods, der 14-malige Major-Sieger aus den USA, kehrte an Tag 2 mit 72 Schlägen ins Clubhouse zurück. Doch mit insgesamt 150 Schlägen muss der 42-Jährige nun auf Fehler der Konkurrenz hoffen, ich bin nicht glücklich mit meinem Spielen, sagte er, ich liege 10 über Park, darüber kann man sich nicht freuen. Ich habe die Putz nicht gemacht, vor allem die wichtigen habe ich verpasst, mit denen man das Moment um erhalten kann, der Weltranglisten erste Dustin Johnson aus den USA setzte dagegen seine beeindruckende Vorstellung auf Long Island fort. Der Führende nach dem ersten Tag spielte eine 67er-Runde und baute mit insgesamt 136 Schlägen seinen Vorsprung bei dem mit 12 Millionen Dollar dotierten Turnier vorerst aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017